So, wenn Shooter King jetzt gleich anfängt, oder wenn es mal anfängt, überspring ich es aber, hab ich nur das eine mal drin, hab's noch nicht rausgenommen, aus der Playlist. War ja auch verlinkt. Kann mir ja keiner was vorwerfen. So, klack, klack, klack. Und drei Schaufeln gemacht. Und, ach, kommt noch ein Spitzhackel. So, so, so. Aber höflichst es mir als nur eine Schicht, da fängt er gut an. Hm. Rosam, die denn? Hm. Hm. Ja. Lalalala. Kann ich eigentlich alles hier lassen? Weiß ich für nichts, dass das hier schon mal war. Nee. Das habt ihr nicht gesehen. Das sieht aber lustig aus. Hm. K. K. Ich töte dich. Insel. Stopp, Insel. Hm. Ich weiß nicht mehr, wie spät es ist. Da steht Lautsprecher davor. Hm. Auch Eisen. Ich wollte jetzt Licht. Weil ich weiß gar nicht, sieht man es überhaupt, wenn ich keine Fackel setze. Das ist wahrscheinlich zu dunkel. Hm. Und wenn die jetzt auf irgendwelche Materialien stoßen, die wir nur mit einer Eisenspitzhacke abbauen dürfen, dann bin ich sauer. So. Pack ich die mitgenommen. Hm. Hm. Oh Mist. Hm. Das Gezeug da... Oh, das Gezeug hier nehmen wir auch mal mit. Hui. So. So. Das Gezeug, das Gezeug da hinten auch noch. Dann wird gleich erstmal das Inventar sortieren. Geht der ja nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das kommt noch rein. Füß, Dexclare auch. Wohna. 1 und 8. Das ist ganz gut. Floppityplopp. Flammen wir jetzt 9. Da hinten sehe ich schon noch. Und mehr. Und ein NPC. Ja. Das ist ja schon wieder geil. Ich hab mir erstmal gefreut. Ja, ein NPC-Dorf. Wir sind hier zuhause. Ja. Das hätte ich mir sagen können. Das hab ich mich voll zum Affen gemacht. Hm. Hier könnte man aber auch was Lustiges bei uns unter Wasser machen. Es wär mir aber zu anstrengend. Geht's da runter? Dann... ...dürft ihr dann bauen. Haha. Mann, ich weiß echt nicht, was wir noch bauen könnten. Ich hab langweil. Also ich weiß nicht, ich hab zumindest keine Idee. Ah, dafür gibt's ja euch und die Kommentarfunktion. Ich hab keine Kühe mehr. Warum? Warte ich schon mal welche. Warte ich schon mal welche. Ah. Du bist fertig. So. Woher kommt denn da noch rein? Der Sandsteck kommt da definitiv rein. Ach, falsche Taste. Du kommst da rein. 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 Würde ich sagen. Oder komm... Ne, du kommst da nicht rein. Prost. Hm. So, ich hieß es in die Werkzeuge. So, ich mach das immer so, dass ich mir erst alles sortiere. Weil dann kann ich mich immer nämlich noch die nächste Mission vorbereiten. Das mach ich mal aus. Das noch. Und... Klingeling. Da kommt Holz und Stein rein. Klack, 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 klack. Klack. Und... Ding, ding, ding. Oh, hat der Hell. Wie davon viel. Oh. Müsstens einschmerzen, oder? Na, 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 na. Na, 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 na. Ne, warte mal. 32. Ja, ne, ist 40 das nächste. Ja. Oh, Mann. Oh, mein Gott. 3, 4. So. 4 davon. Ja, ich schmelze es immer genau so ein, dass es genau draufpasst. Sonst ist es ja Kohleverschwendung. Und das muss ja nicht sein. So. Wir gehen mal nur runter. Ben... Oh, guten Morgen, kleines Fenster. Na, und was bauen wir denn jetzt? Keller können wir schön machen. So. 18 Stone. Das ist genug. Gold of Tanks ist auch bald fertig. Es ist noch sehr finster hier. Das ist ja auch ein Keller. Die Empfindlichkeit ist mir zu niedrig, so. Ja, ich hab eine neue Maus, die ist zu hoch. Kann ich dir mal zeigen, vier, ähm, Stufen. Das ist, äh, ordentlich. Oh, das ist schon mal ganz okay. Das ist schon, äh, das ist schon eine hohe, äh, Empfindlichkeit. Hm, kommst du da rein? Ja, kommst da rein. Ja, den Aetherstone, den haben wir aber auch nur, weil wir noch in der Kuppelwelt sind, gefarmt haben. Eigentlich dürften wir den gar nicht haben. Wir haben ihn aber trotzdem. Okay, und was bauen wir denn jetzt? Wir können uns ja nochmal umgucken. Also nicht komplett, aber den Weg wollten wir bauen. Genau. Das wird nur... Ich bin ein bisschen dicker. Aber nur im Spiel. So, das ist jetzt noch dich und ich brauche vorher noch dich. Ja, wir machen uns das nur noch besser schön. Das heißt, dich noch, dich nicht, dich noch. Ich kann auch nutzen. Klack, 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 klack. Ich mache zuerst so, und flupp. So, ein bisschen hier verbreitern. Klack, 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 klack zu gepacken unten es ist natürlich aus nirgendwo nicht zu sehen das gefährlichen kämen Wir machen jetzt so eine kleine Terrasse. Die Blümchen hab ich gepflanzt. Jetzt haben wir aber keinen Platz für Terrasse. So, erstmal einen groben Weg bauen. Zum Steg. Der wird dann später noch ausgeschmuggelt. Ausgeschniegert. Keine Ahnung, was gibt's noch für Wörter verschmücken. So, dann kommt hier der nächste Stufe. Ach, so viel Gras. So, klack, klack. Das ist aber irgendwie noch zu gerade. Zack. Und ja, Wassereinbrauch. Yeah, baby. Darauf haben wir doch gewartet. Hey. Ach, das schöne Birkenrad. So, klack, 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 klack. Klack, 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 klack. Warum hat das Inventory-Tweaks gerade nicht gemacht? Ist das überhaupt an? Warte mal kurz. Es ist aber an. Hm. Komisch. Das ist auf jeden Fall noch nicht schön, dieser Weg. Hm. Das kann ich besser machen. Ach, komm, lassen wir jetzt so. Das Ausschmücken ist so anstrengend. So. 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 das ist auch bald fähig können wir wieder in den Keller machen da kommst du nicht rein du kommst da klack klack so dann müssen wir unser Inventar komplett leer machen das ist auch eine Steinachst du bist da auch mit rein? Ne, du kommst so trockene Nahrung, noch da war gebraten Nahrung okay und dann beginnen wir mit dem Umzug Plingel okay Werkzeugtruhe am besten direkt vor unserer Nase ja die Beleuchtung habe ich vergessen okay das ist jetzt die Rest der Restruhe so viel Platz dazwischen, war super Moment erstmal hier das da rein jetzt dack, dack, die kriege ich wieder so ich sag schon, ich sag immer wieder so so, hier Holz und Stein und die Truhe kriege ich wieder so machen nee die nächste Truhe, die letzte Truhe dann machen wir nichts, sonst ist die Treppe gesperrt klack, klack, klack klack aber okay, muss ich gleich noch machen Werkzeug und und wenn ja, das mache ich gleich nochmal anders, als wenn ich wohne an, dass ich jetzt äh ähm Traumate ja, so richtig, ja, ich hoffe mal mhm ähm ach pfff pfff also, ich hab Wochenende, also, ich wunder wegen der Rechtschreibung, ne bitte nicht wundern jetzt stoff einfach so, ne, doch nochmal, ok mhm mhm Werkschauer n n äh ja mhm ja, blöd gemacht, wirklich blöd gemacht sehr, sehr blöd gemacht mhm 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 scheibenkreister blöd gemacht, wirklich ich brauche noch ne Kirste holz ist aber da unten hmm mhm ich kann da draussen, ich kann da draussen mhm mhm wisste wat n Klack warum denn eigentlich nicht ich meine haben ja den Platz dring 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 IA wenn man ja auch für eine Tour nur 8 Blöcke braucht das ist immer noch sehr ungünstig gemacht es ist anders der Stadt hier ist es dann gab es eher es darf kommen sehr alles kann es kann es ist kam da kommt sie der Kumpel Kopp wieder dahin und